Das ist übrigens auch scheiß, weil ich gerade das Fenster zuhörb, weil, ja, wenn ich das Fenster ganz offene, dann würden wir hier kommen und so, shit, dann würde ich heute Nacht zur Tür runtergestochen. Mann, das geht nicht zweimal. Wow, der größte Kugel will die Kamm irgendwie bei mir vorher nicht, weil ich einfach immer zu schnell sein muss. Eigentlich müsste das gehen, das ist so fies, das ist so fies. Komm, das wird es der Run, wir machen es jetzt kurz fertig und dann sind alle glücklich und dann passt das. Bam. So. Da sind wir echt die erste Phase, das ist echt nicht schwer und bei der zweiten habe ich irgendwie die Summe verkackt, keine Ahnung warum. So, da brauchen wir noch keine. Wo ist denn das Sterndingens? Na, wo ist denn das? Oh, hupsala, da bin ich... Instant-Tot-Weli, Alter, da ist das, das ist, das reicht. Jetzt ist das langsam genug. Boah, jetzt muss ich mir das echt immer wieder anhören, was soll denn die Scheiße? Wisst ihr, ist recht, ja, ist okay. Gib's mir einfach. Bitte, Luma, ist okay. Nein, ich wollte keinen One-Up. Oh. Oh, bringt mir das jetzt viel, ist ja auch genau das, was ich wollte. Oh. Moment. Jetzt Konzentration, Fokussierung und bla. Warum kann man nicht zweimal treffen? Ich finde es so fies von dir, Boffsor. Geht gar nicht, weißt du das? Geht gar nicht. Na komm, aber doch gleich mal eins hinten. Okay. Und wenn man es vorher schon nicht gefunden hat, dann können wir es ja jetzt gleich kurz machen. Oder nicht? Hallo, stück doch! Ja, genau, Alter, noch zwei Kraft einfach. Warum habe ich erst nicht auf diesen verdammten One-Up-Pist geklickt, ey? Da hinten ist es, okay, hier ist C, ach, hier sind die Ballteile, okay. So. Okay, wir brauchen einen Kugel, Willi, und dann müssen wir warten, bis er runterkommt. Scheiße. Das kriegen wir jetzt hin, okay? Okay, wir haben Full-Life, oder? Ich würde gerne kurz sehen, ob ich Full-Life habe, oder nicht? Ach, wir müssen, ach, okay, wir müssen, ach, wirklich? Wir müssen warten, bis er das zweimal gemacht hat. Oder soll ich das bitte wissen? Das ist voll, I think. Ich habe direkt, wow! Wow. Wow! Alter, das ist doch scheiße! Wir brauchen wieder Leben. Ist kein Leben mehr, oder? Einfach diese zwei Kugel, Willis, auf einmal, das... Ich könnte den einen auch wegschießen und den anderen essen, ne? Soll das wir für den Bossen ein bisschen länger brauchen? Generell, abends aufnehmen läuft nicht so, die Solda-Aufnahme von der letzten Woche habe ich jetzt vor der hier gemacht. Und die wäre ja auch nicht ganz so toll. Irgendwie, abends ist der Wurm drin. Also, du bist richtig spät abends, wir haben jetzt... Okay, was heißt richtig spät? Also, ich wollte es eigentlich überspringen. Ich bin immer noch nicht beeindruckt, jetzt mach! Hallo! Wow! Yoshi, wirklich, das machst du echt gut! Alter, was ist das denn? Komm, machen wir gleich ans Hinten. Warum denn nicht? Also, Yoshi, bleib hier, bleib hier, bleib hier, Yoshi, bleib hier. Yoshi, danke. Wow! Nice! Wenn ich so unglaublich scheiße werde, ich jetzt auch getroffen. Leben, bitte. Danke. In der Merin eigentlich essen kann, ne? Okay, gut. Was machen wir eigentlich für komische Geräusche, Alter? Okay, dann machen wir hier noch kurz. Okay. Mach mal hinten an seinem Hinterteil an seinem Pöppelchen. So, das war's mal. Wenn wir uns den warten, bis er sich umdreht. Dann machen wir den. Oder nicht, weil ich knapp daran vorbeischieße. Okay, wie gesagt, ersten Aufsorgen wechseln, dann den zweiten auf ihn feuern. Das ist jetzt mein Plan. Genau. Der Plan funktioniert auch. Bleib mal hier, weil wir hier schon leben. Und da ist es richtig einfach. Ich war einfach mit diesen zwei Kugel, Willis, überfordert. Dass ich nicht einfach auf die Idee gekommen bin, den ersten einfach abzufeuern, regt mich gerade richtig hart auf. Aber wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Ciao, Boffsor Junior. Boffsor Junior, ach ja, äh, wie komme ich da hoch? Und Stern, Halleluja. Und einen weiteren großen Stern. Da, 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 da. Großen auf Stern erhalten. Nice. Ba, 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 ba. Morgen kommt der, wisst ihr was? Entweder... Entweder nicht mal ist das Finstof oder den Ventilator an. Entweder Eli oder ich. Okay, der braucht sowieso wieder, weil er bis dann, äh, geht so. Weltentor wurde geöffnet. 29 Sterne. 20 Minuten hat das gedauert. Der heilige Scheiße, ich komme den an Luma holen. Eine vortreffliche Leistung. Das war bereits unser dritter großer Stern. Nun gut, wir wissen sicher, dass dieser Unhalt immer nach irgendwo da draußen sein Unwesen treibt. Lass uns das in den nächsten Fall schippern, Steiermann. Nein, wir holen uns jetzt erst den Luma an Bord. Gut, dann schippern wir in die nächste Welt. Wenn Mario das unbedingt möchte, dann... Wenn Mario das möchte, dann... Wenn Mario das möchte, dann in die nächste Welt schippern. Dann tun wir das halt, wenn es dich glücklich macht, Mario. Schippern wir in die nächste Welt. 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 Das ist schon der nächste Luma. Alter, wir brauchen über dir. Wir sind wirklich schon weit gekommen und das verdanken wir nur deinen Anstrengungen. Übernimm das Ruder und wir stehen mit dem weiteren Kurs. Steier. Okay. Wir werden tausend, das geht ja sogar. Okay, jetzt holen wir uns erst mal den einen an Bord. Auf zu Luma. Er sieht doch so putzig aus. Ich möchte bitte Gommel, Sterne, Teile. Oh, ein Gommel, du Meister an Bord. Du sollst mir dafür, dann wird es so einabhängig. Lalalala. Hey, du Kumpel, lass doch ein paar Sternteile für mich. Lalalala. Ich habe so einen Hunger auf Sternteile. Gebt mir tausend, dann verwandle ich mich. Fietem, 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 fietem. Lalalalalalalala. Oh, wunderbar. Ich bin so voll. Na gut, dann wollen wir mal. Verwandeln. Das war doch schön. Ja. Ah, da geht ein neues Level auf. Stimmvoll vergessen, das machen wir direkt. Das Level machen wir jetzt. Und dann gehen wir in der neue Welt. Aber ja, ich bin so auf die neue Welt gekommen. Ich mache dieses Level hier. Bäm, tic-tac. So ein Takt Level. Oh, ja, 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 ja. Musik Level, Musik Level. Hi, bye, bye, bye. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich. Rüber. Oh, dieses Lied. Banapana. Banapana. Hallo, hallo, Gumba. Und jetzt zeige ich es, Gumba. Bam, 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 balala. Und rüber. Oh, hallo, Duda. Und rüber. Hallo. 1, 2, 3, wechsel. Oh, ich habe das Lied. Ich habe das Lied. Ich habe das Lied. Ich habe das Lied. Ich habe das Lied geliebt. Hallo. One up. Oh, das war knapp. Holy shit. Und das. Jetzt warten wir. Bab, 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 und wechsel. Oh, lieber Level. Ich kann, ich habe es jetzt sogar extra, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ich habe es sogar extra mein Headset laut gemacht. Wenn mir das Level so gefällt. Okay. Checkpoint schon mal. Bam, 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 baladadam. Okay, jetzt brauchen wir die Sterne. Einmal dich. Dann dich. Dann dich. Wo ist denn der fünfte? Hier. Und jetzt noch den Stern da oben holen. Ich liebe dieses Level. Die Musik hat aufgehört. Ey, das Lied hat sich schon noch vor uns da hochgehen können. Nice. Oh, und Stern. Oh, das Level war super. Das Level war richtig super. Oh, das hat mir voll Spaß gemacht. Mehr davon. Es war viel zu kurz und am Ende war die Musik nicht mehr da. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir noch mal einen Stern bekommen. So, ein bisschen bei 30 Sternen, bei 12 Kometenmünzen, bei 86 Sternteile. Und so weiter. Und der Ventilator geht. Das heißt, jetzt wird der Sound wieder gefickt. Yay. Mario, ein Brief für dich. Okay. Herausforderung, dein Tuka Tukan. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich halt die Fresse. Ich hasse dich. Ich möchte, dass du ein Aids und grausam ein Aids stirbst. Jeder von euch. Ich hasse die Toads wirklich so sehr, Leute.